Willkommen zur Pressekonferenz Part 2. Wir haben uns viel vorgenommen und konnten das am Samstag absolut nicht zeigen. Nur, jetzt ist am Sonntag, haben wir die Gelegenheit genutzt, das sehr direkt anzusprechen. Und heute haben wir die Gelegenheit, ein Abschusstraining hier in Manchester zu machen. Morgen gibt es die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen im Weltfußball eine Reaktion zu zeigen. Für mich persönlich denke ich, dass ein Spiel in Manchester United immer ein großes Spiel. Es ist ein großer Spiel, 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 es ist ein großer Spiel in der Weltfußball. Es hat eine bestimmte Aura und Elektrizität. Wir machen es uns sehr einfach, wir prepareen die besten Momente und uns für die beste Mannschaft. Es gibt viele gute Momente und wie ich gesagt habe, wenn sie gut sind, sie sind wirklich, wirklich gut. Hallo alle, willkommen! Manche, wer wir spielen wollen, wir wollen immer gewinnen. Ich denke, wir wollen unseren unbekannten Streak in der Champions League stage. Und wir wollen ein guter Rhythmus gehen in den letzten paar Spiels, bis wir uns in der Winter breaken. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir werden raus und versuchen, zu gewinnen. Wenn wir gut in der Ball-Positionen sind, nicht zu tun, zu tun, zu tun, zu tun. Aber wir werden definitiv nicht zu tun, dass wir die Qualität haben, die wir in der Attacken haben. Wir können hoffentlich auch viele Chancen haben. Aber wir werden definitiv nicht unter-estimate Mann-U. Weil, wie ich gesagt habe, sie haben viel Qualität, sie können auch viele Goal scoren. Und wenn sie in Form spielen, und mit confidence spielen, das ist definitiv ein sehr schweres Team. Vielen Dank. Vielen Dank.